Seid gegrüßt. Ihr seht schon, heute wird die Flaggenvorstellung sehr bunt. Ich möchte euch heute die internationale buddhistische Flagge vorstellen. Und ihr seht, dass sie eher untypisch sehr viele Farben und auch eine ganz andere Einteilung als so die klassischen Flaggen hat. Also wir haben keine Tricolore, aber auch keine Querbalken, sondern sehr viele Streifen, die natürlich alle eine Bedeutung haben. Und diese Bedeutung ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich interpretierbar. Es gibt zum einen die Zuordnung, dass es verschiedene Stadien der Erleuchtung Buddhas darstellt und diese Streifen dann die verschiedenen Strahlen der Aura. Das ist so die mythische Erklärung. Dann gibt es noch die Interpretation, dass die fünf Längsstreifen, die fünf Sinne sind, beziehungsweise jedem zugeordnet werden. Und der letzte Streifen, wo wir dann die Querstreifen haben zusammen, oder diese Kästchen, die ihr da seht, die auch wiederum dieselben Farben haben, das soll dann den Verstand symbolisieren. Und das ist die zweite Deutung sozusagen. Und die dritte Deutung, die so ein bisschen die gängigste ist, da werden die Farben Grundeigenschaften zugeordnet des Buddhismus. Wir haben dann dort Blau, auch Nila genannt. Das ist das universelle Mitgefühl. Gelb, Pita, ist der mittlere Weg. Rot, Lohita, ist das Symbol für den Segen. Weiß, Odata, steht für Reinheit und Befreiung des Dharmas. Und orange, Manjesta, ist die Weisheit der Lehrer Buddhas. Wie ihr gleich sehen werdet, gibt es aber von dieser Flagge ganz viele unterschiedliche Versionen. Ganz rechts, wie gesagt, haben wir nochmal alle Farben zusammen. Und diese Zusammenführung dieser Farben, die ja als eigener Streifen zu sehen ist, steht für Frieden und Harmonie. Also auch alles irgendwo Inhalte des Buddhismus. Und diese Flagge an sich steht für die Gesamtheit und Unteilbarkeit von Rasse, Nation, Klasse oder Farbe. Also das heißt, es gibt da keine Unterschiede. Es sind da keine Unterschiede zu sehen, laut Buddhismus auch. Und das soll eben auch diese sehr farbenfrohe Flagge eigentlich so ein bisschen ausdrücken. Diese Flagge ist das erste Mal am Wesachtag 1885, besser gesagt am 28.04.1885 in Kolombo, Sri Lanka gehisst worden. Sie wurde von der Kolombo oder dem Kolombo-Komitee entworfen. Das hatte den Grund, dass sie so ein bisschen den Buddhismus in Sri Lanka wiederbeleben wollten. Und das war sozusagen deren Symbol dafür. Seitdem hat sich die Flagge auch nicht mehr verändert und ist irgendwann dann als das Symbol für den Buddhismus etabliert worden. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Spielarten der einzelnen Länder, in denen es vor allem den Buddhismus gibt. Und hier erstmal eine Karte. Ihr seht schon, natürlich ist der Buddhismus vor allem in Asien verbreitet. Wir haben hier die Grobeinteilung in die drei größten Strömungen, den Varyana-Buddhismus, den Mahayana-Buddhismus und den Theravada-Buddhismus. Natürlich gibt es auch in allen anderen Ländern Buddhisten, aber eben vielleicht nicht in so starker Form, wie wir es hier jetzt in den Regionen sehen. Und ihr seht schon, wir haben eben dort verschiedene Länder, in denen das vor allem der Fall ist, dass es eine sehr starke Anhängerschaft gibt. Und dementsprechend gibt es dann immer einzelne Variationen der Flagge. Wir haben zum Beispiel die tibetische Form. Hier ist das Orange durch ein Braunrot oder Dunkelrot ersetzt worden, das für die Mönchskutten steht, die die Mönche dort in der Region tragen. Vielleicht wisst ihr auch, dass Tibet an sich Eigenständigkeit wieder anstrebt. Und da ist natürlich aber eine andere Flagge in Nutzung, aber ihr seht sogar, in der Religion wird sozusagen hier differenziert. Es ist also nicht die chinesische Form, wie es ja vielleicht sonst hätte sein können, sondern eine eigene für die Region angefertigte. Dann gibt es die nepalesische Form. Nepal liegt, wie ihr gerade in der Karte gesehen habt, nahe Tibet, hat aber trotzdem eine eigene Farbe eingeführt. Hier das Lila. Leider ließ sich zu den meisten anderen Farben nicht so richtig rausfinden, was diese bedeuten. Wer da einen Tipp hat oder so, wo ich dann nochmal gucken kann, sehr gern. Dementsprechend weiß ich nicht, warum hier das Lila genutzt wurde. Genauso wie bei der burmesischen Form. Das sieht man hier jetzt wahrscheinlich nur ganz schwach. Es ist ein helles Rosa. Burma, wieder ein eigenes Land. Und dann haben wir die Yodo-Shinshu-Form. Da ist das große sozusagen ein bisschen stärker. Das ist wiederum eine eigene Strömung. Also das ist nicht länderbezogen. Aber auch hier nur die letzte Balken sozusagen verändert. In Japan ist der Buddhismus auch sehr verbreitet. Und hier haben wir die Goji-Kimak-Form, beziehungsweise die buddhistische Flagge für Japan. In Japan ist es so, dass das buddhistische Gedankengut mit naturreligiösen Sachen ein bisschen verschmolzen ist. Aber da werde ich jetzt nicht zu weit ausholen. Denn wir wollen uns ja hier Flaggen angucken. Und dann gibt es noch die laotische Form. Ja, Laos hat auch wieder seine eigene Farbe genommen. Wie gesagt, wenn ihr da noch Infos habt, immer her damit. Dann gibt es die Soka-Gakai-Form. Das ist eine eigene Gruppierung, die sich auf bestimmte Lehren bezogen hat. Und jetzt werden einige von euch denken, halt, die Flagge, die kommt mir doch bekannt vor. Jawohl. Rumänien und auch noch ein paar andere Flaggen sogar. sehen so ähnlich aus. Ja, ich gehe nochmal zurück. Es ist eben wirklich höchstens die Farbgebung, die hier beim Rot vor allem auffällt. Aber natürlich wird man da relativ klar wissen, wann man in Rumänien ist und wann nicht. Denn, wie ich euch vorhin gezeigt habe, Soka-Gakai ist auch eine Strömung in Asien natürlich. Ansonsten haben wir noch die Form mit dem Dharma-Chakra. Dieses Rad ist eine der wichtigsten Symbole im Buddhismus und steht für den Weg Buddhas. Da gibt es auch manchmal Versionen, wo dieses Rad einfach noch mit auf die internationale Flagge des Buddhismus draufgekommen ist. Aber an sich ist es natürlich die erste Version, die ich euch gezeigt habe. Und die steht tatsächlich für alle und die wird auch tatsächlich von allen anerkannt, was ja auch relativ selten bei religiösen Gemeinschaften ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis demnächst.